Psychosexuelle Städtereise In Bologna trieb ich's mit Sonja und in Wien mit Christine, in Barcelona mit Fiona und in Paris mit Marliese. Und in Budapest lag ich mit Sue im Nest, worauf ich dann in Prag mit Liz im Bette lag. Jedoch im schönen Krieg trieb es Helene mit mir. Nur in St. Gallen trieb ich's mit allen. Grazie. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017